Was hältst du von Biken im fortgeschrittenen Alter? Also jetzt über 30, über 40 oder über 50? Hi liebe Leute, ich bin zwar wieder Marc und heute habe ich ein Thema, das hatte ich in ehrlicher Form auch schon mal angesprochen, aber ich habe mit einem Biker, der auf YouTube aktiv ist, dem Martin, dazu mal ein sehr schönes Interview gemacht und das möchte ich gerne euch zeigen, im Rahmen der Videos, wie gesagt, wo ich im Fernsehen war oder bei anderen YouTubern, die ihr gar nicht mitbekommen habt, wenn ihr eher nur im Kanal schaut. Und das Thema ist natürlich Biken über 40, also ich nähe mich auch der Grenze, ich bin Jahrgang 85, also auch bald ganz aktuelles Thema für mich, aber seit 2008 gebe ich Fahrtechnikkurse und eigentlich sind der Großteil der Biker und Bikerinnen, die Fahrtechnikkurse buchen, sind über 35, über 40, über 50, also ich würde mal safe sagen, über 40 sind es schon die meisten, also viele Späteinsteiger oder Wiedereinsteiger und genau, und da ist natürlich die Frage, wie sieht das aus? In einem Interview werde ich einige Fragen dazu beantworten, ganz kurze, knappe Form, also natürlich würde ich es gerne mal von euch wissen, habt ihr erst mit über 40 angefangen? Seid ihr beim Biken über 40 geworden? Aber irgendwie hat sich für euch was verändert, vielleicht die Risikoeinschätzung oder was ihr bereit seid zu machen, vielleicht auch Verletzungen, die sich in den Jahren angesammelt haben, bin ich mal ganz gespannt. Also Biken über 40, ist das für euch anders gewesen oder sagt ihr, ist auch nur eine Zahl? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ganz klar muss man sagen, im steigenden Alter, also 40 ist jetzt heute, naja, auch noch nicht so ein alter Greg Minar, ist mit kurz vor seinem 40. Geburtstag nochmal Downhill-Weltmeister geworden und die Gegner sind alle so Anfang bis Mitte 20, ja. Also ist ein Ausnahmeathlet, aber 40 ist jetzt noch nicht so das Alter, wo die körperlichen Einschränkungen sehr stark und krass werden. Aber es fängt schon an und wenn man mit 40 nicht anfängt, intensiv an den Dehnübungen, den Kräftigungsübungen zu arbeiten, wenn man einen einseitigen Bürojob hat oder so mit vielen Verkürzungen und dann sieht es auch schon schlecht aus, körperlich. Also körperlich fit halten, das Mindset, die Einstellung ist super wichtig, weil viele dann schon vielleicht länger fahren oder einfach so von der Einstellung auch so sind, dass sie sagen, ich habe so viel in meinem Leben zu tun mit Familie und Job, ich habe gar nicht Lust jetzt viel zu üben, ich will einfach nur fahren, aber dann kommt man schnell an seine Grenzen und man geht auch hohe Risiken ein, wenn die Basic Skills noch nicht so gut sitzen. Also daran sollte man auf jeden Fall auch über 40 oder gerade über 40 was machen und intensiv üben, immer wieder, aber mit Spaß an der Sache. Ist ja auch cool, so ein bisschen eine zweite Jugend, nochmal richtig loslegen, Wheelie, ein bisschen rumspielen, rumhopsten mit dem Fahrrad, ist doch echt eine gute Sache. Ja, und dann ist immer die Frage, klar, welche Position hat man im Leben. Mit 40 ist anders als mit 14, also man hat viel Verantwortung und klar, das bezieht man mit ein, wenn man Entscheidungen trifft, welche Risiken man eingeht, was für Sachen man macht, welchen Einsatzbereich man fährt. Genau, also, ich weiß noch gar nicht, wie es bei mir wird. Ich hatte irgendwann mal gedacht, vielleicht muss ich mit 40 gar nicht mehr so viel Bikepark fahren. Mache ich jetzt schon gar nicht mehr, aber ab und zu mache ich es und dann macht es Spaß. Und in meinen Kursen mache ich es auch gerne. Also, ich glaube, das kann man viele Jahre noch machen. Super, dann zieht euch das Interview rein. Danke für Zuschauen, lasst ein Abo da und bald kommt was sehr Neues. Also, seid gespannt. Bis dann. So. Ja, hi Mark. Hast du mal ganz kurz nochmal. Du bist ja Fahrtechnik-Trainer und ich durfte jetzt auch deinen Kurs genießen. Was würdest du beruflich machen, wenn es keine Mountainbikes gäbe? Wahrscheinlich, typisch könnte man sagen, irgendwas mit Medien, aber wenn doch draußen, vielleicht auch einfach nur Pedelec-Fahrsicherheitstrainer. Rentner. Ohne Mountainbike. Ja, okay, wenn es auch keine Pedelecs gäbe, aber Richtung Medien sagst du. Vielleicht mit dem Cargo-Bike Briefe oder Essen zu den Leuten bringen. Okay, ja cool. Draußen sein ist cooler. Also, auf jeden Fall ein Naturjob. Oder der Mix, aber kein reiner Büro. Okay, kein Bürojob. Was war deine schlimmste Mountainbike-Verletzung? Wadenbeinbruch an zwei Stellen beim Dirtjumpen im zarten Alter von 16 mit OP-Platte, rein, Platte, raus. Aber es hat nur wehgetan, es war nicht geschwollen, man konnte nichts sehen. Ganz seltsam. Okay. Lebenserfahrung. Naja, hört sich heftig an. Ich würde dann direkt daran anschließen, was ist denn dein bester Tipp für mehr Sicherheit auf dem Mountainbike? Auf jeden Fall sich damit beschäftigen und selber mal prüfen, steht man wirklich ausbalanciert auf den Beinen? Umso typische Fehler, dass man so Pilot wird, Passagier wird statt Pilot, dass man das vermeidet, wenn du halt irgendwie so viel Druck am Lenker hast und runterfährst, dass es dann irgendwie so ein ganz unsicheres Gefühl ist und Fahrtechnikkurs belegen ist auf jeden Fall auch kein falscher Weg. Okay, da sind wir natürlich an der richtigen Adresse bei dir. Ja, ich weiß, du bist Vegetarier, sogar Veganer jetzt seit einiger Zeit. Und Ernährung ist ja ein wichtiges Thema so im Sport und beim Mountainbiken. Hast du ein Gericht, was du gerne vor dem Mountainbike nimmst, also so eine Pre-Mountainbike-Mahlzeit? Was würdest du uns empfehlen? Also ich würde sagen, es hängt von der Belastung ab. Ich fahre ja auch Mountainbike-Marathon so selten, aber da würde ich eher was sehr Leichtes empfehlen, weil du ja direkt in eine harte Belastung gehst. Aber wenn es jetzt eine lange Tour wäre, also ich sage immer Gemüse mit Reis und Nudeln, finde ich immer ganz cool. Gemüse mit Reis und Nudeln, ja. Am besten irgendwie noch mit leckerer Soße. Okay. Aber dass es nicht so schwer im Magen liegt, aber du trotzdem genug energierst. Nüsse finde ich ganz cool, um mehr Nährwerte noch reinzubringen. Ja, okay. Ist e-Mountainbiken cheaten? Also ich würde sagen, e-Mountainbiken könnte faul machen, wenn man einfach den Motor benutzt als zweite Schaltung und gar nicht mehr schaltet und immer nur den Motor härter macht. Aber der Einsatz von E-Bike-Motor ist so krass verschieden, je nach Motiven, je nach Bedarf, dass ich das überhaupt nicht pauschalisieren kann. Und weil ich Radfahren als Radfahren und nicht zwangsweise als Radsport sehe, würde ich sagen, nein, das ist kein Cheap. Okay, alles klar. Was ist der häufigste Fehler von deinen Kursteilnehmern, der dir so auffällt? Ich glaube, der häufigste, das hängt natürlich vom Level ab, aber sagen wir mal so Einsteigern oder welche, die schon so ein bisschen Erfahrung haben, dass die in so einer Dauerhocke stehen und dann immer die Beine total müde sind, weil sie das nur nicht gespürt und gelernt haben, sich zwischendurch richtig aufzurichten und die Beine gerade zu machen und entspannt zu stehen. Also es gibt ein paar topverbreitete Fehler, aber ich würde mal statistisch sagen, das ist er. Alles klar. Ja, und wir sind ja nicht mal die Allerjüngsten. Also ich bin schon über 40. Du kratzt da glaube ich jetzt auf. Ja, Mitte 30. Mitte 30. Ja, Mountainbiken hat man ja oft so eher Jugendlichen, Pubertierenden zugeschrieben. Was hältst du von Biken im fortgeschrittenen Alter? Also jetzt über 30, über 40 oder über 50. Ist das noch was für solche Leute oder sollte man das lieber sein lassen? Was hältst du davon? Als Fahrtechnik-Trainer, das können wir alle Kollegen bestätigen, das ist die Hauptzielgruppe. Sogar über 40 würde ich sagen, nicht mal nur über 30. Echt? Okay. Ja, weil die haben ein Mountainbike, ein E-Mountainbike ist natürlich auch finanzieller Aufwand und Ausgleich zum Beruf. Und ich würde sagen, ja, perfekt. In welche Richtung du dann gehst, ob du es mehr Fitness, mehr Adrenalin, das geht in alle Richtungen. Das kann man entscheiden. Wo ich sage, Alter spielt eine Rolle. Das habe ich oft, da sieht man das bei Vater-Sohn-Geschichten. Wenn der Sohn 14 ist und einen entspannteren Umgang hat mit Risikoeinschätzung. Dann würde ich sagen, jemand mit Familie, wo er weiß, was steckt dahinter, der muss nicht sich vor anderen beweisen, in die Mutproben zu gehen. Weil er weiß, okay, ein kleiner Fehler, ein Sturz und ich bin ein paar Wochen, Monate raus. Also das ist so ein Faktor, der spielt da mit rein. Und sonst, Fahrradfahren, Lifetime-Sport. Mein ältester Teilnehmer ist 81 und fährt mehrfach das Jahr Transalp. Krass. Ja, das sollte auf jeden Fall ein Sporn sein für alle auch Älteren. E-Bikes sind da auch, glaube ich, echt so ein Thema jetzt geworden, dass viele Ältere wieder ins Mountainbiken einsteigen. Aber gut, genug dazu. Tubeless oder lieber Schlauch? Ich fahre komplett nur Schlauch. Aber nicht aus Prinzip, eher aus Faulheit. Weil ich hatte mal ein Tubeless-Bike vor acht Jahren. Da hatte ich dann eher negative Erfahrungen. Okay. Und dann habe ich mich nie wieder darauf eingelassen und hatte auch nie den Bedarf. Wahrscheinlich, wenn ich in einer Region mit mehr Dornen oder mehr Spitzensteinen leben würde, dann wäre ich auch schon längst auf Tubeless umgestiegen. Und so bin ich als Bastelfauler-Biker bisher davon ferngeblieben. Aber es ist nicht in Steinen gemeißelt. Alles klar. Gut. Ja, du bist bekannt für deine YouTube-Tutorials, Fahrtechnik-Videos. Hast du denn auch einen YouTuber, den du dir gerne anschaust aus dem Mountainbike-Bereich? Ja, sogar mehrere. Ich gucke gerne im englischsprachigen Raum Sam Pilgrim. Ja. Ich war auch schon mal mit dem einmal erfahren. Es war im Schnee, aber ich finde ihn ganz unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Und nicht zu wiederholend. Also der kriegt immer so ein freies Bike geschenkt und das kann halt ein Dreirad sein oder so. Und ist aber dann irgendwie abwechslungsreich und witzig. Ja, also beim deutschsprachigen blicke ich mir einzelne Videos drauf. Das kann mal von Lukas Knopf sein oder von Leo Kars. Aber das muss mich irgendwie interessieren. Aber ich kann mir die nicht alle angucken, weil die meistens 15 und noch mehr Minuten sind. Und dann bin ich nicht so, der jedem Vlog folgt, weil dann ist es einfach zu viel. Deswegen, wir wollen es auch kurz halten. Deswegen die letzte Frage. Was macht Mountainbiken für dich aus? Was ist so der Reiz am Mountainbiken für dich? Das ist wieder extrem vielseitig. Aber ich glaube, am meisten ist es Bewegung in der Natur. Am besten mit Fahrtwind. Und neues Erkunden. Aber natürlich mag ich auch die andere Komponente mit. Neue Bewegung lernen oder ein bisschen Adrenalin. Wobei es sich immer mehr Richtung Naturgenuss, Sport draußen entwickelt. Alles klar. Ja, Marc, vielen Dank. Hat mich gefreut. Mach's gut. Ciao. Danke.